Ja, wir haben es fast gepackt. Einer noch. Mal schauen, ob wir die herbekommen. Auch komisch. In der Parkour und in dem Schild steckt was drin, aber nicht in der Laterne. Manche sagen sogar, er sei eine Bedrohung gewesen. Du wirst feststellen, dass er kein Freund des Zerstörers ist. Komm zu mir, wenn du noch mehr Seelen gesammelt hast. Ich werde dich dafür entlohnen. Schick. Total schick. Den Seel-Dämonen. Auf Wiedersehen. Bis bald. Schick. Ach, ist zu beendet? Schick. Das Wormsignal meiner Ahnen. Endlich aus dem traumlosen Schlaf erwacht. Sind wir also frei? Niemand ist frei, solange der Zerstörer noch atmet. Der Zerstörer, ja. An seine Dienste sind wir gebunden, obwohl wir... Wenn das das Tor war, kann ich es kaum erwarten, herauszufinden, was dahinter ist. Auf deiner Weise wirst du in den Besitz bestimmter Gegenstände kommen, die für mich besonders interessant sind. Artefakte der Legion der Gefallenen. Wenn du Legions-Artefakte findest, dann bring sie mir. Ich werde dich dafür entschädigen. Was ist denn? Wir haben das Kamera gemacht. Was haben wir denn? Aha. Schön. Bis zum nächsten Mal. Samurai. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das gibt's doch wirklich. Das gibt's doch wirklich. Das war Schwachstädter. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.